Wir haben uns echt was krasses überlegt für die und zwar werden wir den krasse Braids verpassen. Ja komm noch rein! Nein! Sag, bist du ready? Ich glaube kein Stück. Ich höre, was wird mein Vater gemacht. Digga, was wird dein Vater sagen, Ali? Was mache ich, Digga, Alter? Digga, was passiert? Ich mach's, wir ziehen trotzdem durch, Digga! Nein! Das Ding ist, ich frag mich echt, warum ich mich jedes Mal auf so eine Scheiße einlasse. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Herzlich willkommen zu der Bestrafung! Und zwar haben mein Partner und ich uns überlegt, dass wir die Gewinner sind, dass wir den Verlierern... Was machen wir mit dem Verlierer? Aber was machen wir mit dem Verlierer? Bruder, sag du das, Digga! Also ich sag mal so, Leute, ne? Wir haben uns echt was krasses überlegt für die. Ihr wisst ja, wir sind im Urlaub, wir sind hier gerade in Loretta. Und da haben wir uns mal überlegt, da haben wir noch paar Tage hierbleiben. Geben wir den Jungs etwas, was auch ein bisschen länger bleibt als kurz, was man nicht so schnell wieder vergisst. Und zwar werden wir den krasse Braids verpassen. Ich sag euch, wie es ist. Ey, Verlierer, komm mal rein, komm mal rein. Komm mal rein, komm mal rein. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Wie fühlst du dich jetzt? Ich meine, die Haare und so stehen noch, ne? Sehen doch alles schön aus. Aber mit Extensions gleich... Sag mal, sag mal, wo haben wir jetzt? Jo, das geht noch. Ja, ja. Zeig, zeig, ja. Ja. Ich glaub, da gehen wir ein paar Braids hin. Und wir suchen jetzt auch einen Afro-Shop, wo wir direkt Braids machen. Afro-Shop auch noch? Ja, natürlich. Wo denn sonst? Machen wir das gut? Ja, ich hoffe. Und wenn nicht? Lass es an, ey. Ihr könnt damit lieben. Lass es an, ey. Nein, 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 nein. Johnny, was anderes? Das ist gut, wenn du mal bist. Lass es an, ey. Lass es an, ey. Ey, ich würd euch... Lass es an, ey. Lass es an, komm mal da. Guck mal direkt mit. Ich glaube, ein Afro-Shop ist da hinten geradeaus durch. Wir gehen da gleich rein. Ihr macht die Braids ganz locker weg. Hey, Farbe. Hey, Farbe. Viel zu hart. Viel zu hart. Ja, okay, aber... Mach was anderes. Glaub mir. So, guck mal von Seite. Ja, so eine Farbe wäre brutal. Euch ist locker weg. Schau mal. Das wird nicht so lange dauern, glaube ich. Meine Mutter macht das ja auch. Ja, komm, das rein. Nein. Doch. Guck mal, hey. Ich würd, ey, das ist übertrieben. Ey, ihr seid die Verlierer. Du kannst auch nicht in eine Challenge eingehen, wo du eine Bestrafung kriegst und die Bestrafung willst du nicht machen. Komm, lass machen. Komm, 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 komm. Wie viel für Braids? 25, 25, ne? 40, 35. Okay. Wir zahlen jetzt 75 Euro dafür, dass wir unser Leben hier trinken. Nee, ihr zahlt 70 Euro dafür, dass ihr verloren habt. Nee, wir machen 75 Euro, wenn wir das nochmal runter. Versuch mal. 35. 65, okay? 65. Warte, wir werden schauen, welche Farbe. Nicht black? Oh, oh. Es muss etwas wie pink sein oder was. Welche Farbe kannst du machen? Das ist sehr schott. Ja. Also sehr schott. Geht nicht mehr, okay. Was denn, jetzt machen wir es auch nicht. Ja, ich glaube schon. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, du bist, das kannst du hier abbrechen. Nee, warte, warte. Ja, ja, die kommt schon hier. Ganz kurz. Die bringt die Extensions. Lass uns das mal anschauen, ganz kurz. Die Extensions sind da. Nee. Wie fühlst du? Wie fühlst du? Wie fühlst du? Wie fühlst du? Ich fühlst hier sehr schlecht. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ja, ja, ja. Die Leute sind auf jeden Fall bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin ganz gespannt, wie das aussieht. Adi, willst du nicht anfangen? Was? Willst du nicht anfangen? Nein, nein, bei dir. Sie ist schon gut, Bruder. Sie sind schon mit. Sag, bist du bereit? Ich würde kein Stück. You don't have to be nervous, my friend. Ey, Bruder, was ist das? Wir sind ein Loser. Ich hab noch nie in meinem Leben sowas gemacht. Boah, jetzt geht's los. Nimm mal von hier auf. Guck mal was mit seinen Arn mal. Deswegen sage ich euch. Verliert einfach mal keine Challenges. Dann müsst ihr sowas auch nicht durchmachen. Digga, das war so knapp. Ihr habt fast verloren, Digga. Ich hätte euch Pinke reingeballert, Digga. Kann ich mich umdrehen? Ich will sehen, was ihr macht. Geht nicht. Spiegel das eh über dich. Digga, was mache ich hier gerade, Alter? Das passiert hier gerade. Not so long. Not so long. Hast du einen? Ja, die werden noch abschneiden. Okay? Ja. Ey, Bruder, lass abbrechen. Ali, die Braids klappen nicht. Was sagst du dazu? So, meine Freunde. Wir haben uns jetzt noch einen Anlauf dazu entschieden, weil die, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf den Platten hatten. Was sagst du dazu? Yo, safe. Deswegen sind wir jetzt bei einem anderen Friseur, Leute. Den richtigen Barbershop auch hier. Und Ali fängt gerade da vorne an. Ich möchte nicht wissen, was gerade in seinem Kopf gerade vorgeht. Aber Ali fängt jetzt erstmal an, meine Freunde. Und wir schauen uns das Ergebnis gleich an. Ali, was sagst du? Digga, ich schwöre euch an die Fabans, Digga. Was machst du? Digga, es geht schon los, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ey, mach die Blond rein. Ich bring zwei Farben. Zwei Farben? Krank. Aber komm, wie krass die das macht, ne? Guck mal. Tschüss, Digga. Das ist gut, ja. Wie fühlst du dich? Ich schwöre dir. Das geht schon los, Digga. Ich würde das echt gerne direkt sehen, Alter. Digga, krank. Was passiert hier gerade, Digga? Aber das ist ihr Schlaf. Wir haben es noch nie gemacht, Digga. Ihr Ohn. Ich schwöre, was wird dein Vater gemacht. Digga, was wird dein Vater sagen, Ali? Sein Vater denkt, Ali macht gerade Urlaub, alles schön und gut. Dann zahlt jemand dein Zimmer frei? Leider nicht, Digga. Boah, hier geht schon richtig zur Sache, Digga. Bist du bereit, mein Bruder? Bereit nicht, aber ich muss es tun. Ist was anderes, Digga. Ist neu. Digga, ich schwöre euch. Ja, ja. Gleich fertig. Ihr sitzt gut. Da haben wir die Feder rausgezogen. Sie sind wendet. Ich bereite mich auf jeden Fall schon mal vor, Digga. Erstmal werden die Haare hier gewaschen. Dann geht's los. Warum soll ich meine Haare nicht waschen? Ich weiß nicht, du hast es vergessen. Ich habe es schlau gemacht, Digga. Erstmal Haare waschen danach. So schlau warst du nicht, Ali, ne? Nein, nein, nicht schlau. Ali sei bei, ist bei mir, ne? Aber weißt du was? Wir ziehen es trotzdem durch, Digga. Nein, ihr müsst. Wir haben die recht gerne durchtragen. Schenke von euch, wenn ihr das krass ist. Dann könnt ihr den Gott sein lassen. Bruder. Dann werden sie dann zum Glück haben. Aber Bruder, wir machen hier kein 0815. Wir machen Braids, Bruder. Ja, Braids. Braids ist anders. Und das Ding ist, wir sind weiß. Wir sind echt weiß. Wir sind weiß. Wir machen Braids, Bruder. Weißt du, Michelle? Bei dir, ne? Braids würden überkrass aussehen. Vielleicht. Nein, nicht vielleicht. Save. Leute, schreibt es in die Kommentare. Sollen Michelle sich auch Braids machen? So, Ali ist gleich fertig. Boah, das Ding ist, ich frag mich echt, warum ich mich jedes Mal auf so eine Scheiß einlasse. Ich denke mir, guck mal, am Anfang denke ich mir so, okay, cool, Bestrafung macht das, dies, das. Aber ich denke nie darüber hinaus, was passiert am Ende. Siehst du doch jetzt. Im Endeffekt, Bruder, ich gucke in den Spiegel, sitze da auf dem Stuhl und denke mir einfach nur, die Jungs haben mich wieder ge****t. Die haben mich einfach wieder ge****t. Ausgezogen. Ich muss jetzt meinem Vater erklären. Baba, ich hab mir im Urlaub Töpfe machen lassen. Was habt ihr mir gemacht? So, Digga, zeig mal. Junge, 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 Junge. Jetzt kommt Feinarbeit. Digga, jetzt wird Feinarbeit nicht gemacht. Na, das sind nur so ein paar Strähnen und so. Das ist wie dünner machen. Ja, das ist nur dünner machen. Junge, Ali, wenn ich dich von hinten sehen würde, würde ich sagen, boah, was ist das für eine... Geile Sau. Geile Sau. Aber einmal... Ey, das ist ja Ali. Oh, shit. Junge, 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 was passiert hier gerade? Äh, zeig mal. Ein Little Mac, äh, Zopp. Ja, ja. Was heißt Zoppe vorab? Ja, die verstanden. Auf Englisch. Ja, das hast du verstanden, Alter. Boah, Digga, was passiert hier? Die passen auch meine Haare auf. Bruder, das sind eh nicht deine Haare. Ali, das Video du machst, Digga. Ich seh noch, da kommt Rauch raus, Digga. Digga, die fressen deine Haare an. Was macht dich da jetzt, Digga? Ich seh noch auch. Rennst du dir die an? Digga, was machen wir hier gerade, ey? Rennst du dir die an? Ey, Digga, ich schwörs dir, wenn dieses Video nicht Unmeng an Likes bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr, Digga. Das wär zu traurig. Leute, liked jetzt dieses Video, Mann. Zeig mal, bist du ein bisschen auch gespannt, wie das bei dir aussehen wird? Ich find das ehrlich gesagt nicht mal schlecht. Bei Ali? Was macht ihr jetzt da rein? Nur für Aufsehen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das bei dir aussehen soll. Seco hier hat auch ohne, aber gleich mit. So. Ali, Endergebnis? Ich schwöre, der hat mich hoch genannt. Ehrlich jetzt. Ehrlich, Digga. Ey, Junge. Was geht ab, Digga? Ja, 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 nice. Monsieur Seco, was machen Sie denn da? Scheiße, Digga. Ja, 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 nice. Ja, jetzt sind Sie dran, würde ich mal sagen, ne? Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es findet. Also ich find's beschissen. Danke bisschen, ne? Ist lustig, ne? Ist lustig, ne? Deswegen verlieren wir doch eigentlich keine Challenge. Wie fühlst du dich, Bruder? Digga, es tut so unnormal, aber, Digga, ich frag mich echt, was ich hier gerade mache, Digga. Meinst du, dass es gut aussieht? Digga, keine Ahnung. Ich weiß nur, was ich mir nicht ausgesucht habe. Das ist richtig schnell, Bruder. Ist gut, ne? Ja. Ist richtig gut. Findest du die Faust, Digga? Die Frau. Ist nett? Nicht die Frau. Auch die Frau? Die Frau vor dir. Boah, du guck mich nur die ganze Zeit an. Ich weiß gar nicht, was du von mir will, Digga. Was? So, Ladies and Gentlemen, neuer Look. Ich hab mich grad geduscht und hab irgendwie das Beste draus gemacht. Hab mir jetzt nur den Topf gemacht. Und unser Leopard. Das sieht richtig aus wie so ein Leopardenmuster, ja? Ich weiß dir. Ich kann's dir echt nicht garantieren, ob das so cool aussehen wird, Digga. Ja, Bruder, ich weiß es selber nicht. Also bei mir, Digga, ich hab jetzt das Beste draus gemacht. Es geht. Digga, wenn man eine Bestafe macht, man zieht es durch, Digga. Richtig, Digga. Wenn man eine Challenge eingeht, Digga, dann muss man einfach mit den Konsequenzen rechnen. Ist ja auch so. Moin, Seko. Man nennt mich ab heute Lil Pump. Das müsste ich jetzt mal vorstellen. Wir sitzen hier grad bei einem Friseur. Das Ding ist, Seko hat sich kurz überlegt, hier die Haare schneiden zu lassen. Und jetzt ein anderer Herr reingekommen und lässt sich grad die Haare schneiden und wir bewerten das Ganze. Und Jungs macht er das richtig. Er hat sein Leben gesucht, ey. Er hat sein Leben hochgenommen. Oh, Bruder. Tschüss, Alter. Fast fertig, ne? Fast fertig, ne? Fang, Digga. Ja, aber guck mal, das wird das hier alles abgeschnitten. Schau mal, du hättest, Digga, was ist das denn? Oh mein Gott, Seko. Was hast du gemacht? Digga. Was hast du wieder angestellt? Digga, frag mich. Frag mich, Digga. Oh, Seko. Ja, was geht? Ja. Bist du gespannt? Ich bin richtig gespannt, Digga. Mal gucken, wie's am Ende aussieht. So, Ladies and Gentlemen. Ich bin soweit fertig. Seko ist. Ich geb den ganzen Sache noch 3-5 Minuten, dann ist er auch fertig. Und ich bin sehr gespannt. Das hat noch was ganz anderes. Siehst du, jetzt genau wie ein Kokosnusskopf. Okay. Das ist besser so. Ja. So gut. So gut. Pracen am Start, Digga. Was ist das denn, Digga? Tschüss. Ganz anders. Ja, Digga, wir haben es durchgezogen, Digga. Wir haben es durchgezogen. Oh, ehrlich. Wir haben es durchgezogen. Respekt, Digga. Respekt an dieser Stelle.